Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum Rennen der MotoGP-Saison 2022 in Indonesien mit den Predictions. Let's go! Heute um 8 Uhr das Rennen gewinnt Fabio Cotararo. Herzlichen Glückwunsch dahinter Rojo Martin und Juan Saku. Dann auf 4 und 5 die Brüder Poul Espargaro und Alex Espargaro. Dann dahinter Andrea Dovizioso. Und als 7. und 8. ins Ziel kommen Buett, Binda und Francesco Pagniaga. Naja, so das war's vom Rennen in Indonesien der MotoGP-Saison 2022 in Predictions. So, wenn euch das wieder gefallen hat, lassen Sie doch ein bisschen nach oben da. Vergiss keine Ruhe, da nehmen Sie die Glocke, die nicht vergessen sollte. Wir haben natürlich keine Benachrichtigungen und wir sehen uns. Bis dann, gute Waste. Ciao! Ciao! Ciao!